Herzlich Willkommen beim A1 Update. Bitte lächelnd, das Huawei P20 Pro mit Triple-Kamera gibt es jetzt im Tarif A1 QM um nur 99 Euro. Teste dich jetzt am A1 Blog. Welcher Smartphone-Sicherheitstyp bist du? Lohnt sich ein 80 Mbit Highspeed-Anschluss für dich? Wir haben fünf gute Gründe für eine schnellere Verbindung. Eine Userin hat für euch die A1 Explore Music App getestet. Ihre Erfahrungen liest du jetzt in der A1 Community. Alle Links sind in den Kommentaren. Danke und bis nächste Woche. Danke. 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 Danke.